... oder wäre er? Starte wir morgen um 10 Uhr, mit der ersten Runde. Für alle, die hier sind in Hamburg, morgen um 10.10 Uhr. Starte die erste Runde mit der Blützdusche hier im Center. Immer schön fangen. Wenn einer hat, legt die Hände an den Kornberg, legt den Rundenpunkt verlassen und den Hebel hinsetzen. Nur fangen. Fichtig ist es, den kleinen Wald oder Hunderter ein Runders. Nee, doch nicht wahr. Aber nur fangen. Und jetzt ist auch gleich Schluss. Wir haben noch hier unten einmal rum, oben oben oben, oben 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 oben. Wenn es da oben ist, dann sind die Zeit umfangen. Ja, wer macht das richtig. Man kann nicht daran zusammen fangen, aber dann festhalten. Dann festhalten. Das ist grün und der Feilzeichen am Draußen. und das Messer los- und nachzählen. So. Das ist ganz einfach.